Florian Winter und Ilka Fischer entdecken auf ihrer Streifenfahrt im Bezirk Kalk eine junge Frau in ungewöhnlicher Aufmachung. Ihr wurde übel mitgespielt. Bleiben Sie mal hier. Bleiben Sie doch mal bei mir. Alles okay bei Ihnen? Ziehen Sie sich mal was an. Sie frieren, ja. Guten Tag. Was ist los bei Ihnen? Ich habe nichts zu sagen. Was? Sie wollen da gerade nichts zu sagen? Nee. Wollen wir Ihnen irgendwie helfen? Kommen Sie von einer Karnevalsfeier? Nee. Sondern? Man läuft ja nicht jetzt einfach so mit so einem Kostüm durch die Gegend. Ja, ähm. Besonders ein zerrissenes Kostüm an den Stellen da. Wir wollen Ihnen helfen. Erzähl Sie. Wollen Sie sich bei uns in den Wagen setzen? Es ist warm. Nee, ist schon okay. Ist okay? Ja. Sondern? Nichts Schlimmes bei. Ich war nur gerade bei einem Casting und ich habe eine Absage bekommen. Was für ein Casting? Ein WG-Casting. Ein WG-Casting so. Hallo? Wie siehst du denn aus? Guten Tag. Wer sind Sie denn? Ihre Tochter? Das ist meine Tochter, ja. Darf Ihre Mutter das wissen? Oder ist das jetzt... Ja, ich war... Sie hat uns gerade gesagt, sie war bei einem WG-Casting. Genau. Ja, aber zieht man so was bei einem WG-Casting an? Ich kenne das nicht. Also, sie hatte eben ganz normale Kleidung an, wie ich sie hier abgesetzt habe. Wo ist denn Ihre normale Kleidung? Das ist in der WG. Also, ist das jetzt irgendwie in so eine sexistische Schiene reingegangen? Weil, ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber das, was Sie jetzt da anhaben, das sieht nicht aus wie was, was man bei einem normalen... Ist nicht seriös. Ich sage immer, WG-Casting anhat. Oder? Ich weiß ja nicht, was Sie da als Mutter zu sagen. Soll sie so rumlaufen? Nein, um Gottes Willen. Also, sie hatte eben eine ganz normale Jeanshose an und ein Shirt. Ja, mit 21 können Sie das machen. Da können Sie rumlaufen, wie Sie wollen. Aber ich sage mal, das Casting ist wahrscheinlich in eine falsche Richtung gegangen. Ja. Also, es sieht schon ein bisschen unseriös aus. Ja, das ist ganz ein bisschen zu dringend geworden. Wer? Der Hauptmieter. Hat der Ihnen das da aufgerissen? Ja, also, der ist auch nur mit einem anderen in der Wohnung gerade. Die Kleidung haben Sie mir mitgebracht? Nee, die habe ich da bekommen. Zeigen Sie uns mal bitte, wo das ist. Die Kleidung hatten die, die da quasi für Sie vorbereitet, drapiert und dann, ganz kurz, nicht so schnell, damit wir das verstehen. Ja. Die haben Sie für Sie vorbereitet, da mussten Sie diese Kleidung anziehen. Und was mussten Sie dann machen? Tanzen oder? Nee, wir mussten, äh, wir mussten putzen. Putzen? In dem... Okay. An und für 16,23. Das ist natürlich... Ja, 22. Das ist natürlich krass. Ja, mach uns mal einen Einsatz auf. Wir machen hier einen Hilfeersuchen. Ja, okay. Ist das Blut von Ihnen? Das ist von der Hauptmieter. Das ist von der Haustmieter, das ist von der Haustmieter, genau. Und da haben Sie... Ist der gestürzt oder was? Ja, ich kann Ihnen das gleich erzählen. Ja, machen wir gleich. Okay. Offenbar ist der Mieter so zudringlich geworden, dass sich die 21-Jährige wehren musste. Die Beamten glauben deshalb, dass auch die zweite Bewerberin in Gefahr sein könnte. Hört man schon, das ist ein bisschen... ...lautstark da drin. Woll nicht. War nur reingeschnappt. Okay. Hallo? 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 Was will ich tun jetzt? Hey! Stopp! Stopp! Guten Tag. Wir kommen mal ganz ungebeten hier rein. Kommen Sie mal hier raus. Das ist ein Bett. Kommen Sie mal her. Ja, das fragen wir uns gerade. Wir sind jetzt hier rein, die Tür war nicht richtig angelehnt. Wir haben geklopft und geklingelt und dann sprang die Tür auf. Okay. Wer wohnt denn hier? Wer ist der Herr Heister? Ich wohne hier. Alles okay bei Ihnen? Sie sind verletzt? Ja, nein, nein, nein. Das ist nichts Schlimmes. Wir haben es gerade nur ein bisschen Spaß gehabt. Ich mag das. Ach so. In heftiger Variante. Ja. Und im Hausflur? Da war nichts. Ich bin ja nicht hingegangen. Ist richtig im Hausflur? Nee, ist auch schon. Weil wir da Blut gefunden haben, haben wir gedacht, das ist von Ihnen. Vielleicht eine Nasenbüche oder so. Mag sein, mag sein. Wollen Sie die Schuhe vielleicht ausziehen? Nee, weniger. Das ist gerade frisch geputzt. Nee, weniger. Das wollen Sie nicht riechen. Wenn wir da acht Stunden in den Stiefeln sind, das ist auch nicht so schön. Nimm mal eine andere Sache. Weswegen wir auch hier sind, ist die junge Dame hier. Kennen Sie die? Äh, ja. Die hatte gerade hier ein Casting, ne? Ja. Was betreiben Sie denn hier für eine Casting? Sieht ja recht ähnlich gekleidet aus wie die junge Dame hier. Wollen Sie hier zukommen oder wollen Sie da stehen bleiben? Ich weiß nicht. Ja, das glauben Sie mir nach, dass es aussieht. Komm, so ich mach mal rein. Das sieht etwas skurril aus. Genau, das tut es nämlich. Deswegen sind wir hier. Also wenn ich putze, ziehe ich das auch an. Sie putzen so? Ja, nee, ich putze ja nicht. Dafür ist sie ja da. Mhm. Ist noch jemand in der Wohnung? Oder nur sie da? Nee, nee, nee. Mein Mitbewohner ist weg. Ihr Weltbild jetzt hier, was die Geschlechter angeht. Also ich putze so nicht. Die beiden haben dich hier beworben, weil die hier in die WG ... Als Putzfrau? Nee, die wollen in das freie Zimmer rein. Ach so, und dann putzen die für Sie? Ja, ich muss ja gucken, wie das hier läuft. Ob die überhaupt sauber machen, ob die irgendwas vergessen und so. Ja, aber das können die auch in Jeans und T-Shirt, oder? Ja, theoretisch schon. Ich glaube, das ist nur so ein schönes Ambiente. Wissen Sie, wie ich das meine? Sie machen jetzt auch Ihn Casting? Ja, genau. Ich habe mich auch mitbeworben. Und das Ganze ist jetzt im Bett gelandet. Können wir mal hier aus dem Schlafzimmer vielleicht rausgehen? Das ist mir hier auch alles ... Wo haben wir denn noch ein Räumchen, wo wir mal ein bisschen mehr Platz haben? Wurzimmer, super. Die Einsatzkräfte wollen klären, warum die beiden Frauen die Kostüme tragen. Und vor allem, ob das freiwillig geschehen ist oder der Mieter sie dazu gezwungen hat. Sie sind der Herr Heißer. Ja. Sie sind Mieter dieser Wohnung und wollten jemanden hier als Untermieter einer von den beiden Damen, wollten Sie hier reinholen? Ja, mein Mitbewohner ist adieu, deswegen ... Der ist adieu. Das heißt, Sie sind nur noch alleine hier in dieser WG? Oh Gott. Okay. Und wie ist es jetzt hier zu dieser Verletzung gekommen? Die ... Welche Verletzung? Ja, schauen Sie sich das Mädel doch mal an. Ich meine jetzt die Beschädigung auch an dem Kleid. Vielleicht an der Tür hingeblieben oder so? Nein, das war ein bisschen anders. Also, ja, wir haben uns halt hier beworben und sollten uns dann eigentlich direkt zu Beginn diese Kostüme anziehen und halt putzen. Und ich weiß auch, dass das komisch ist und dass man das nicht macht eigentlich. Aber ich suche einfach schon so lange. Sie wissen wahrscheinlich, wie das in Köln ist mit den Wohnungen. Und irgendwie, ich war so verzweifelt und ... Und dann sind Sie darauf eingegangen? Genau. Ja, und dann habe ich aber auch dabei irgendwie schon gemerkt, dass er uns und vor allem mich so richtig ekelhaft die ganze Zeit angeguckt hat. Und da wurde mir das auch irgendwie ein bisschen zu viel. Dann habe ich meiner Mama schon geschrieben, dass sie mich wieder abholen soll. Und ja, dann meinte er, also dann ist Jana auf die Toilette gegangen. Sie kennen sich? Nee, wir sind halt beide einfach zum Casting gekommen. Und das sollte jetzt der Mietvertrag werden, der Blanko, den sollte sie ausfüllen? Ja, genau. Also nicht sie, ich würde ja mal gucken, sie ist ja gegangen. Aber dann meinte er nämlich zu mir, ja, wenn du später nochmal wiederkommst und mit mir schläfst, dann kriegst du die Wohnung, also dann kriegst du das Zimmer auf jeden Fall. Das ist doch schlecht. Das ist mir alles runtergefallen hier. Ich sagte einfach nichts mehr zu. Ich sagte einfach nichts mehr zu. Möchtest du auch putzen? Nee. Florian Winter wird auf ein Foto aufmerksam. Das Bild macht den Polizisten klar, dass der Mieter und die darauf abgebildete junge Frau lügen. Das ist doch die andere Casting-Teilnehmerin, das sind doch Sie. Was? Das passt ja nicht so zusammen. Ihr kennt euch oder was? Also eins zu eins, also selbst mit der Brille, alles. Also sie sind eh schon ein paar. Das verstehe ich nicht. Sie sind die Freundin? Ja gut, wir sind zusammen seit einem Jahr. Ich weiß auch, dass er immer andere Frauen anbaggert und mit denen ins Bett hüpft, aber was soll ich denn machen? Ich liebe ihn halt und er verarscht mich immer wieder. Ja, sie arbeitet immer in Mühleib-Elektronik, habe ich auch schon mal gehört. Der Mieter hat die Notsituation der Wohnungssuchenden ausgenutzt. Er wollte sich an ihr ergötzen, ebenso wie an seiner Freundin, die das Spiel mitspielte. Plötzlich stößt der Partner der Bewerberin dazu. Das passiert, das passiert, wie geht's ja. Deine Mutter hat angerufen und ... Bleib mal kurz so stehen. Das hatte ich doch gerade, war das ein Mietvertrag oder? Ja, ja, richtig. Nee, das war die Abrechnung von ihm. Arbeiten Sie zusammen, sind Sie Arbeitskollegen. Das ist ein großer Betrieb. Ja, man läuft sich halt über den Weg mal so. Hä? Aber ist jetzt schon, mal ganz ehrlich, ein großer Zufall, oder? Sie beide arbeiten in der gleichen Firma und zufälligerweise ... Genau, Sie sind ein Paar und zufälligerweise ist Ihre Freundin hier bei Ihrem Arbeitskollegen und macht ein Casting, was total ausartet für eine WG. Ja, die Welt ist klein, oder? Also, klar. Wir arbeiten wohl zusammen in der selben Firma, wie gesagt, man läuft sich über den Weg. Das ist jetzt ein bisschen sauber halt. Ja, aber warum castet Sie denn dann? Dann können Sie ihn doch fragen, hör mal, eine Freundin braucht ein Zimmer, hast du eins und fällt dich aus, die Maus. Wieso kennst du solche Menschen? Aber jetzt mal ganz ehrlich, er ist Beschuldigter eine Straftat, weil er an die Wäsche von Ihrer Freundin gegangen ist. Ich hab nichts gemacht. Was? Chill, 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 chill. Das wollen wir gar nicht, ne? Die Polizisten vermuten, dass der Elektriker etwas mit der Aktion zu tun haben könnte. Damit konfrontiert macht er eine Aussage. Ja, ich kenn ihn. Klar, ich hab ihm 500 Euro geboten, damit er auf deine Anzeige da reagiert. Und das hier hast du auch alles gemacht, oder was? Nein, nein, nein. Was sagst du dazu? Hast du jetzt völlig durchgeknallt? Was sagst du dazu? Du solltest zwar putzen, ja, aber nicht, dass er nicht da angeht oder sowas. Hier, sag mal was dazu. Was soll ich denn sagen? Wie ist das dazu gekommen? Ich hab doch mein Recht, nix zu raten. Richtig, als Beschuldigter kannst du absolut den Mund halten. Oder kannst lügen, bis die Balken sich biegen. Also, oder gar nichts sagen. Gar nichts sagen? Okay. Dann nehmen wir das mal so hin. Gut. Okay. Und Sie haben die ganze Nummer hier eingefädelt. Warum? Dass sie jetzt hier erniedrigt wird, oder was? Nein, also, ja, ich weiß ja, dass sie schon eine WG sucht. Das haben Sie ja gerade gesagt. Aber ich hab, genau, schon mehrmals ihr auch vorgeschlagen, dass sie auch zu mir ziehen kann. Ja, richtig, aber nicht. Der Partner der 21-Jährigen wollte damit erreichen, dass seine Freundin die Wohnungssuche endlich aufgibt und zu ihm zieht. Ich muss gar nicht denken, dass ich irgendwann jetzt überhaupt noch mit ihr zusammenziehe. Das war's jetzt. Ja, ist jetzt natürlich eine ganz schlechte Nummer, ne, für so eine Beziehung. Das war ja so gar nicht geplant gewesen. Okay. Ja, aber ganz ehrlich. Du weißt ja, ich liebe dich einfach über alles und ich hab dir da schon mehrmals vorgeschlagen, zusammenzuziehen. Das ist eine Psycho-Nummer. Herr Grünkle, das macht wenig Sinn, jemanden unter Druck zu setzen und das ist jetzt eine Art von Erniedrigung. Das würden Sie auch nicht haben wollen, oder möchten Sie hier im Leoparden-String-Tanga putzen? Nein, natürlich nicht. Weil Sie dann zu ihr ziehen, oder was? Das ist auch nicht schön. Die 21-Jährige wendet sich von ihrem Freund ab und findet ein anderes WG-Zimmer. Der Mieter und Kollege des Elektrikers wird wegen sexueller Nötigung angezeigt. Mieter. 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 Mieter.